Hallo, willkommen im Allwetter zu Münster. Um dein Anliegen bestmöglich beantworten zu können, hast du jetzt 5 Auswahlmöglichkeiten. Drücke die 1, wenn es ticke, die 5, wenn du eine ganz allgemeine Anfrage an uns hast. 5, 5. Dann mache ich die Zentrale. Ein Wunderschön, Böndorf ist mein Name. Allwetter zu, hört sich gut an. Dreht sich dann um folgendes. Ich bin über ihren Online-Shop gestolpert und zwar habe ich heute Nacht geträumt, ich müsste mir Braustiere zulegen. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht so ein paar Ziegen für eine Wohnung. Haben Sie welche über? Kann man die bestellen? Sie meinen jetzt aus dem Zooshop? Ja. Ja, ähm... Also ich möchte so, wissen Sie, meh und so. Ich würde auch mit den Gassen gehen, ich wurde in der ersten Etage. Und mir ist eingefallen, ich hätte noch ein Zimmer frei. Ja, also Sie meinen jetzt aus dem Zooshop so Stofftiere, ne? Nein, ich meine so eine echte Ziege, so meh. Ja gut, das geht dann halt nicht. Wieso? Ich habe mit meinem Vermieter, rufe ich den, rufe ich als nächstes an. Ja, wir geben die aber nicht ab. Ja, und wenn ich die einfach so... Da müssen Sie dann woanders kommen. Ja, Moment. Wie sieht es denn mit einer Patenschaft aus, dass ich eine Patenschaft mache und dass die erstmal Probehörer bei mir einziehen? Patenschaft können Sie machen, aber das Tier bleibt hier. Ja, das sind so komisch. Ja, so ist das. Ganz kurz, das war natürlich nur ein Spaß anrufen, also... Alles klar, tschüss. Gut, danke, tschüss. Ja, die gehen wir auch nicht so.